Kylia Jena im Familienglück, so sieht ihr Leben jetzt aus Sie genießt ihr Familienleben in vollen Zügen. Im Februar veränderte sich Kylia Jenas, 20, Leben von Grund auf, ihre Beziehung mit Rapper Travis Scott, 25, krönte die Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys, Töchterchen Stommy Webster Trotz des kleinen Wirbelwinds finden die frischgebackenen Eltern noch immer Zeit für gemeinsame Mussehstunden, gefolgt von Kuscheleinheiten mit ihrem Liebling. So sehen die Tage in neuem Leben aus. Auch als Neueltern dürfen Kulendaten-Nights nicht fehlen Am Mittwoch zieht es die Kosmetik-Unternehmerin und den Bühnenstar zu einem Basketballspiel. Im Totat Center in Texas folgen die verliebten Durteltauben den Western-Konferenze-Playoffs zwischen den Houston Rockets und den Minnesota Timberwolves. Allerdings scheint die Brünette in der ersten Reihe jemand ganz bestimmten auf ihrem Schoß zu vermissen. Wieder zu Hause angekommen, wird das Plätzchen sofort gefüllt, auf ihrem Instagram-Account und teilt ein paar niedliche Schnappschüsse mit ihrer klitzekleinen BFF. Der Reality-Star knuddelt seine Tochter, als gäbe es kein Morgen. Besonders süß, während das Haar-Chamillion mit Daddy noch einen Partner-Look in schwarz rockt, entzücken Mama und ihr Baby-Engel anschließend ganz in weiß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017